So, herzlich willkommen Leute zum dritten Part von Minecraft Tech-It-Light, was ich eigentlich noch ausprobieren wollte ist, ich habe zu wenig davon, oder? Viron von Hanse, 1, 2, 3, 4 Leute, passt ja perfekt. Wunderbar! Unser erstes schönes Objekt. Jetzt das hier nämlich reintun, das ist ein Stück schneller. Und da wurde es auch schon dunkel. Lassen wir das Haus ausleuchten hier. Dürfte reichen. Jetzt kommen wir unter Tage. Juhu! Ich habe doch sicherlich noch eine Leiter. Dann fährt man hier auch nicht so leicht runter hier, wo man hier drüber läuft. Wunderbar! Gehen wir mal ein bisschen hier unsere Höhen in unserem Haus erforschen. Gehen wir mal Perlen tauchen. Kugel an. Da haben wir schon die ersten Sachen gefunden. Was ist das? Kupfer! Und nicht gerade wenig. Daraus kann man sich, soweit ich weiß, Rüstungen bauen. Und was ist das? Quartz! Und? Dust und Crystal. Kupfer! Was ist das? Weißt du? Das ist ja immer einer an. Hier komme ich doch nicht wieder lebend raus. ach du meine Fresse das ist Dreckfieber Guck mal an, der Creeper. Und nochmal Eisen. Cool, und Kohle. Sorry, mit Poch, ey. Krass, krass, Ananas. Juckoo, Kohle, 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 Maschine. König aber jetzt nicht alle abbauen. Geht meine Spielzeit nur noch schneller am Arsch. So schnell muss hier ein Loch nicht kaputt gehen. Guck an, diesen weißen Stein. Wie heißt der doch gleich? Marvel, genau. Den kann ich doch irgendwo her. Ist auch nicht weiter wichtig. Eisen. Das ist wichtig. Und ein Stück weit am Arsch. Ist das eben. Ist das eben? So. Und ein Stück weit am Arsch. Das ist wichtig. Ich muss gleich anfangen, ich muss mal kurz hoch, weil wegen meiner Spritze gemacht sind zum Arsch hoch. Ah, ich hab sogar noch ne Eisenspitze gemacht, bin ich blöd, ey. Ich hatte sogar Holz dabei, bin, oh mein Gott. Unendlich dumm. Ich kann mal aus Quarz ein bisschen was bauen. Ja, ein Quarzschwert, coole Sache. Deshalb trenne ich hier mal kurz das Ohr. Ich brauche mir hiervon mal noch einen zweiten Ofen aus Eisen. Ich glaube das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Den können wir nachher noch mit Eisen im Rahmen. Nein. Nein. Fertig rum. Ja. 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 mit dem zweiten. Jawohl. Da sind wir noch mal was hin. Cool. Das ist auch noch ein bisschen geil. Nee, ich bin auch gescheuert. Das geht doch gar nicht. Oder muss der da? Ja, den hab ich nicht. Oh, ich hab noch irgendwie gar nicht. Das ist ja das Gefühl irgendwie. Ich find das voll cool. Ja. 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 Ja, ich mach mal einfach mal. Ich bin mal gespannt, wie lang das andere Schwert wird. Cool, noch mehr. Hat ja nicht schon genug, aber man kann nicht so viel haben. Die Kupfer lässt sich halt leider nicht so viel cooles anstellen. Also wahrscheinlich schon brauche ich das irgendwann mal. Oh! Oh, ich bin gleich weg. Alter. Guck mal, ein Diamant. Schön. Da war wieder ein Diamant in der Mauer, aber diesmal... äh, in der Wand meine. Äh, das ist wieder kein Diamant, das ist was anderes. Hier sieht vieles aus wie Diamant, ist mir schon mal aufgefallen. Oh, ist da vier. So was kann man sich auch was tun und so einen Scheiß bauen. Cool. Cool. Geh ich mal gucken. Ouch. Hat kaum wehgetan. Oh da. Boah. Boah. Hohohohoho. Alter. Gold. Und da sind wir glaube ich wirklich Diamanten. Bleib fern von mir. Da, Diamanten. Äh, Marble hätte ich noch zum hochbauen. Und, äh, Holz. Hoppla, hab ich mich zu weit hochgebaut. Naja, das sind auch keine Diamanten. Scheiße, Dreck. Was ist denn das dann? Silberohr. Fotzen, Scheiß, Dreck. Lasst ja, Dreck. Tick. Kien. Die Sendung, Diagnose, Dreck. Kien. 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 Ta, ich bin jetzt schon der Schraub. Mein Gott, äh. Da liest ich gleich mal die Höhlen-Tour. Ein Exkurs in die Unterfälle. Dann weiß ich gleich mal da. Dann weiß ich mal da. Vielen Dank. Der beschützt doch gar nicht irgendwas. Alter, wo das hier überall hingeht. Ach du heiliger Bim Bam. Der besnipet mich. Das will ich nicht. Hurra. Ja, Redstone. Was ist denn das hier? Lidohr. Lieder. So, dann bedanke ich mich jetzt nur fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Wir sehen uns hot rein.